Ist es möglich, in Helled Loose offensiv zu spielen und ein ganzes Spiel zu überleben? Nein! 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 Ich will nicht sterben! Die Runde fing eigentlich an wie jeder andere. Wir haben unsere Angriffskanne gestellt, haben versucht den Gegner aus dem Punkt rauszutreiben, was bis hier auch ganz gut funktionierte. Der erste Tod war hier immer nicht weit, aber aus irgendeinem Grund hat der Gegner mich bis hierher immer verschont. Ja, aber trotzdem bin ich nicht der Meinung, dass ich... Rind, OP, OP, Ping. Besten Schiss, links von dir, links von dir. Und hier bei mir auch. Andere Seite der Hecke. Ja, okay. Ich habe den noch auf der Heckenseite bei mir. Hier ist aber wieder einer. OP immer noch hier. Okay, ich habe Backup. Wollen mich da nicht drum kümmern. Gucken wir mal, dass wir den OP irgendwie rauskriegen. Die OP ist auf jeden Fall weg. Nach etwa 10 Minuten habe ich das erste Mal gecheckt, dass ich noch nicht einmal gestorben bin und mein Ehrgeiz war geweckt. Das ist witzig, ich bin noch, glaube ich, nicht einmal draufgegangen bis jetzt. Supplies sind abgebaut. Alter, ich wollte gerade sagen, der Womerang wird ja mich jetzt nicht wegmachen. Montalé wurde aus dem Norden angegriffen. Vielleicht mal kurz durchgeben und Marke setzen auf Ping. Hallo? Was ist er denn für ein Lacker? Ich weiß es nicht. Komm da hin. Gehen. Okay. Was haben wir denn gemacht? Ganz ehrlich, ich bin noch nicht einmal gestorben. Wenn ich noch ein bisschen hinter den Hacken warte, habe ich meine erste Runde in 2000 Spielstunden, die ich komplett überlebt habe. Wie viele Kills hast du? Weiß ich nicht, muss ich gucken. 13. 13? Ja, kein Tod. Nee. Das ist gut. Das ist gut. Deshalb würde ich jetzt halt auch echt ungern draufgehen, ne? Ja, dann geh campen, will ich einfach. Nee, dann ist kein richtiges... Das muss schon richtig sein. Wo ist ja keiner sich... Der wirbel ist richtig. What? Ja, hier auf Ping. Ja, ja. Jetzt treffe ich den. Ey Kollege, du musst mich unbedingt aufhören, wenn ich sterbe. Oder wenn ich hinfalle. Ich bin noch nicht einmal gestorben bis jetzt. Klar. Hast sie? Einen, ja. Aber das sind viele. Hier rennt immer mal wieder einer rum. Hier ist ja auch was. Da war der weiße Helm wieder. Ja, ich weiß nicht. Ich hätte jetzt schon Bock anzugreifen, ne? Aber ich will die Runde auch überleben. Ja, ja. Lebe. Lebe, mein Sohn. Hahaha. Scheiß drauf, ich renne. Nein! Ich erschieße dich. Hahaha. Wobei, da könnte man zumindest sagen, kein Gegner hat mich getroffen. Ey, ich glaube ich mache jetzt sogar was richtig dummes. Ich robbe jetzt einfach übers Open Field drüber. Ja ne, das ist doch das. Hure Übermut. Dafür bin ich bekannt. Ja. Die Mail weiß einfach nicht was Mänglichkeit ist. Trau mich mit 15, ich weiß was Mänglichkeit ist. Hahaha. Dropcoding. Nein! 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 Ich will nicht sterben! Irgendjemand hat mich gesehen und schießt auf mich. Ich schicke ihm kurz einen Brief, dass du dich schläft hast. Ja. Oh scheiße. Tot? Ne, noch nicht. Der Schuss, äh, der Schütz hat auch aufgehört. Ich geh als Medic rein, ich hol dich. Ich renne jetzt als Medic hinter dir her. Ey, aber guck mal, wie weit ich schon gerobbt bin. Ohne zu sterben. Langsam kriege ich Muppensausen, ne? Nein! 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 Geh weg! Geh weg! Eine MG ist hinter mir hergerannt und... Lebst du noch? Ja, noch. Boah! Ich bin in einem Bombing-Runner. Ich bin in einem Bombing-Runner. Holy shit! Oh scheiße, ich hab keine... Keine... Granaten mehr. Nein, ich will nicht sterben! Wie hast du's nach da vorne gefahren? Ich weiß es doch nicht! Da sind drei MG´s, die auf mich drauf halten. Ey, ja. Um immer irgendwie so in deine Nähe wenigstens zu kommen. Ist es, da kommst du nicht hin. Ich weiß selber nicht, wie ich hierher gekommen bin. Da kommt was. Da kommt was rüber. Oh lieber, ich leb einfach immer noch! Ich bin über das ganze scheiß Feld gerobbt jetzt. Ich robb auch. Egal, ich weiß es. Sau. Ich hab's hierher geschafft! Und ich lebe noch! Ich bin im Hardcat drin! Und hier ballert irgendwo ein... Yo! MG 42 ausgeschaltet! Nice, ich wollte auch grad leben. Nein! Nicht ne Granate! Nein, 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 nein! Keine Granate! Boah! Erzähl doch einfach! Ich lebe noch! Ich lebe noch! Das ist geil! Das ist... Dummes Camping! Hab ich den jetzt erwischt oder nicht? Ich weiß nicht. Danke, ich bin jetzt da. Boah! Wie bist du denn hierher gekommen? Pass auf! Hier am Haus und im Haus! Hä? Oh shit, ballert jetzt mein eigener auf mich oder was? Ihr Captain! Ihr Captain! Ach bitte! Wenn du jetzt stirbst, kann ich das mit meinen Nerven auch nicht aushalten. Ohhhh, da kam ne Rocket! Ey, alle nerven sich rum zu chinsern, was geht's! Wir müssen jetzt nur noch diesen Camp durchbringen. Kann ich mal fertig als Tank oder sonst... Boah! Alter, jetzt ist mir grad die Düse gegangen! Bei den Bomb? Hä? Bei den Bomb, oder was? Ja. Das hat sich so angehört, als wenn es... ...nicht unsere wäre und hier bei uns runter geht, aber... ...war schon der andere. Da war aber auch klapp bei ihr, nicht? Boah! Straving ran auch noch... ...knapp vorbeigegangen. Oh, hier liegt einer von uns auf dem Boden. Danke schön! Ey, aber ich bin mit an vorderster Front noch, ne? Und lebe immer noch. Ich seh's, ich versteh's auch nicht. Ich auch nicht! Ist es möglich, in Helled Loose offensiv zu spielen und ein ganzes Spiel zu überleben? Jaaaa! Wie, Alter? Ich hasse's! Jaaaa! Wie, Alter? Wie viel Kills? Äh... 14 oder so. Also nicht besonders 4. Ne, ne... Entspannte 14er KD! Alter, 18er KD! Na ja! Holy shit! Hahaha! Alter, meine Hände sind jetzt aber auch übelst nass geschwinzt! Dann hat noch einen Heiliger KD! Und dann ist das so ein Einverständnis. Sehr gut! Na ja, die sind ja eine sichere Inhalts vor acht. Dann ist das so ein Pfl tengan!